Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu den Cannan-News aus dem April. Und es gibt wieder viel Neues rund um das Thema Cannabis. Und wir legen gleich auch schon los. Ich möchte mich aber erstmal herzlich für die Unterstützung bedanken bei unserem Produkt des Monats von 1Tipp. Und ich kann euch einen Tipp geben. Schaut es euch das mal an. Auf nach Deutschland. Da gibt es nämlich heute jede Menge Meldungen. Ja, weit mehr als nur Cannabis gefunden. Die Polizei in der Region Göttingen und Nordheim haben eine große Menge Cannabis oder eine große Cannabis-Plantage entdeckt und fünf Verdächtige festgenommen. Insgesamt wurden etwa 2.000 Cannabis-Pflanzen in einem Einfamilienhaus sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat gegen weitere 23 Personen im Alter von 28 und 63 ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Cannabis-Gesetz eingeleitet. Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt 21 Wohnungen, Familienhaus und einer Bar wurden zusätzlich scharfe Schusswaffen, 50 Schuss Munition, 25 Gramm Kokain. 22.000 Euro Bargeld sowie 5 Gramm Kokain nur woanders und 2 Kilogramm Cannabis gefunden. Ja, die fünf festgenommenen Verdächtigten im Alter von 32 bis 50 Jahren wurden dem Haftrichter Amtsgericht Göttingen vorgeführt. Die Ermittlungen dauern noch an. Ein Datenleck bei den Social Clubs. Ein Datenleck bei einer Software zur Verwaltung von Cannabis-Clubs hat möglicherweise persönliche Daten von Clubmitgliedern kompromittiert. Ja, die Kanguat-Plattform entwickelte von der SingBring GmbH aus Hameln, wies mehrere ungesicherte APN-Punkte auf, was es potenziellen Angreifer ermöglichte, auf persönliche Informationen zuzugreifen, Passwörter zu ändern, Clubdaten zu manipulieren. Entdeckt wurde das Problem vom Hacker-Kollektiv Zerforschung. Das Datenleck umfasste vollständige Namen, E-Mail-Adressen, geherrschte Passwörter, Geburtsdaten, Postleitzahlen. Ja, zudem konnten Angreifer feststellen, ob Nutzer, Mitglieder oder Clubbesitzer sind und in welchem Cannabis-Club sie angehören. Ja, laut Zerforschung konnten sogar Passwörter unter Angabe einer fremden User-ID beliebig geändert werden. Ja, Kanguat sollte Clubbesitzer helfen, die Clubs gut zu verwalten, befinden sich jedoch offenbar noch in einer früheren Entwicklungsphase. Zerforsch meldete die Sicherheitslücke am 27. Und ja, die Datenschutzbehörde und das. Der Bund hat am 4. April auf jeden Fall die App abgeschaltet. Und einen Tag später wurden die Nutzer darüber informiert. So, weiter nach Hamburg. In einer Razzia in Hamburg hat das Ordnungsamt und die Polizei den ersten Cannabis-Grow-Shop der Stadt durchsucht. Dabei wurden sämtliche Pflanzen, Samen und Setzlinge beschlagnahmt und in Müllsäcken abtransportiert. Der Geschäftsführer des betroffenen Geschäfts, Florian Reich und Moritz Kleine, widersprachen den Vorwürfen. Sie betonten, dass ihr Geschäft angemeldet sei und sie seit 2023 Technik und Ausstattung für den Cannabis-Anwurf verkaufen. Nach der Teillegalisierung im März bzw. im April erweiterten sie ihr Sortiment um Setzlingen und Samen. Das Ordnungsamt ist jedoch der Ansicht, dass der Verkauf von Vermehrungsmaterial, also Samen und Setzlinge, nicht erlaubt sei, was zu einer möglichen rechtlichen Auseinandersetzung führen könnte. Das Unternehmen versichert weiterhin, legale Produkte verkaufen zu wollen. Experten sehen die Razzia als möglichen Präsidentsfall für die gesamte Branche. Weil es wirft viele Fragen auf zur Legalität des Verkaufs von Samen und Stecklingen, die einfach noch unbeantwortet sind. Passau, Cannabis-Fars an der Grenze. Seit der Einführung des neuen Cannabis-Gesetzes in Deutschland wurden an der Grenzpolizei-Inspektion Passau in Neuhaus haben ihnen insgesamt 20 Marihuana-Pflanzen sichergestellt. Hm, ja. In einem Zeitraum von zwei Wochen fanden Beamte bei Einreisekontrollen Marihuana-Pflanzen, die zuvor in Österreich legal gekauft worden sind. Also die sieben beschuldigten Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren gaben an, sie hätten gedacht, die Einfuhr sei erlaubt, wussten jedoch nicht, dass das neue Gesetz weiterhin die Ein- und Ausfuhr von Cannabis verbietet. Also die Sicherstellung führte zu einem Strafverfahren, da Cannabis in Deutschland zwar legal ist, der Transport über die Grenze jedoch eine Straftat bleibt. Ja, der Unterschied in den Gesetzen führt zu Verwirrungen an der Grenze. Während in Deutschland der Konsum von Cannabis unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, ist ein Ein- und Ausfuhr der Pflanzen für Privatpersonen weiterhin illegal. In Österreich hingegen ist der Verkauf von Marihuana-Pflanzen legal, aber der Konsum in der Öffentlichkeit verboten. Denn österreichische Händler dürfen also Stecklinge verschicken, weil diese nach EU-Recht handeln. Ja, die Grenzpolizei-Inspektion Passau bleibt wachsam, sehr gut, um den illegalen Handel zu unterbinden und die Einhaltung des Gesetzes zu gewährleisten. Was wäre denn unsere News-Sendung ohne komische Meldung von Herrn Söder? Ja, Bayern kann die Teillegalisierung offenbar immer noch nicht akzeptieren. Bayern hat ein komplettes Cannabis-Verbot auf Volksfesten und sogar in Bierkärten eingeführt, wobei das wohl auch noch Hausrecht ist. Gut, das Kiffen ist jetzt auch im Englischen Garten in München verboten. Kommunen können, dürfen den Cannabiskonsum in bestimmten Bereichen wie Freibädern und Freizeitparks natürlich auch untersagen. Die CSU-Abgeordnete Judin Gerlach betonte, dass das Verbot für den Gesundheitsschutz und insbesondere für den Schutz von Kindern und Jugendlichen wichtig sei. Die bayerische Regierung reagiert damit auf die bundesweite Teillegalisierung von Cannabis, die am 1.04. in Kraft getreten ist. Warum weiterhin Zigaretten, die nachweislich schädlicher sind, geraucht werden dürfen, ist fraglich. Das Verbot erstreckt sich auch auf die Raucherbereiche in öffentlichen Gebäuden, also Gaststätten, Kultur, Freizeiteinrichtungen, sowie auf Außenbereichen von Cafés und Biergärten. Also wo liegt da der Unterschied? Es gilt nicht nur für das Rauchen, sondern auch angeblich für das Verdampfen von Cannabisprodukten. Also wie sehr hier von Cannabispatienten betroffen sind, ist noch gar nicht abzusehen. Es wird hoffentlich Klagen hageln. Ja, und wie es so ist, die deutsche Gründlichkeit, denn auch die Deutsche Bahn sagt, kein Zug vorm Zug. Ja, leider hat auch die Deutsche Bahn oder plant die Deutsche Bahn ein Verbot des Cannabiskonsums an allen Bahnhöfen und Bahnsteigen, trotz der jüngsten Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland. Die neue Hausordnung soll in etwa vier Wochen in Kraft treten und Verbotsplakate werden ab nächster Woche an den Bahnhöfen angebracht. Eine Unternehmenssprecherin der Bahn erklärte, dass der Schutz von Reisenden, insbesondere Kindern und Jugendlichen, im Vordergrund steht. Das Verbot wird ähnliche Regelungen in Fußgängerzonen und im Umfeld von Schulen und Spielplätzen angelehnt. Die Bahnmitarbeiter werden das Verbot kontrollieren und Verstöße ab dem 1. Juni verfolgen. Bis dahin sollen Reisende mit freundlichen Hinweisen auf das Verbot aufmerksam gemacht werden. Bei Verstößen werden die Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit während ihrer Streifen gezielt auf das Joint-Verbot hinweisen. Warum das in Raucherräumen an der Bahn immer noch nicht möglich sein soll, versteht einen keiner, weil da dürfen Kinder nicht rein. Ab nach Sachsen-Anhalt. Die Einführung des neuen Cannabis-Gesetzes bringt unerwartete Veränderungen. In Sachsen-Anhalt werden nun 150 Feinwagen für Polizeistreifen angeschafft. Damit können Polizisten kontrollieren, ob Personen die gesetzlich erlaubte Menge von bis zu 25 Gramm Cannabis bei sich haben. Eine Sprecherin des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt bestätigte, dass die neuen Wagen den Beamten in der Öffentlichkeit und bei ihren Einsätzen eine genaue Messung ermöglichen. Das schlägt die deutsche Genauigkeit sofort zu. Ja, jetzt fehlen also nur noch Bodycams. Cannabis im Flieger? Ja, die Legalisierung von Cannabis in Deutschland beeinflusst auch den Flugverkehr. Obwohl der Eigenkonsum von Cannabis legal ist, sollen Reisende vorsichtig sein, wenn sie Cannabis mit ins Flugzeug nehmen wollen. Die Bundespolizei im Frankfurter Flughafen erlaubt bis zu 25 Gramm Cannabis im Hand- oder Reisegepäck auf Inlandsflügen. Allerdings bleibt ein Ein- und Aus-Durchführen von Cannabis auf internationalen Flügen verboten. Also die Zollbehörden betonen, dass das Einführen von Betäubungsmitteln strafbar ist. Auch Fluggesellschaften können ihre eigenen Regeln für den Umgang mit Cannabis festlegen. Beispielsweise könnte die Lufthansa oder Eurowink striktere Richtlinien für ihre Mitarbeitenden haben. Reisende sollen sich also vor dem Flug über die Regeln des Ziellandes informieren und beachten, dass die Mitnahme von Cannabis auf Inlandsflügen erlaubt ist. Jedoch bei internationalen Flügen strikt verboten bleibt. Ungewöhnliche Drogenkontrollen in Österreich nach Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Ja, die Legalisierung von Cannabis in Deutschland hat Auswirkungen für Österreich. Die österreichische Polizei startet deshalb Schwerpunktaktionen in den angrenzenden Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, um gegen den grenzüberschreitenden Drogenhandel vorzugehen und Drogenlenker aus dem Straßenverkehr zu ziehen. Was sie noch nicht wissen, dass es noch gar nichts gibt in Deutschland und deshalb noch gar keinen Drogenverkehr geben kann. Und es eigentlich vorher schlimmer war. Ja, laut Innenministerium wird die Polizei Verstärkkontrollen durchführen, besonders im grenznahen Bereich. Dabei werden sowohl Polizisten in Zivil als auch Spezialisten der Landesverkehrsabteilung im Einsatz sein, um die Symptome von Drogenbeeinträchtigungen schnell zu erkennen. Wir haben sogar aus der Redaktion zugespielt bekommen, dass sogar einem deutschen Cannabispatienten in Österreich, Braunau, ein Fahrverbot erteilt wurde, obwohl er Rezept und Gutachten nachweisen konnte. Also das ist doch wirklich nur noch Schikane. Entschuldigung für meine Äußerungen. Ja, weiter ins Salzburger Land. In einem Dorf in Obertrum ging es um ein Abendessen wohl etwas grün zu. Eine sechsköpfige Familie landet nach einem gemeinsamen Mahl im Krankenhaus. Und das war nicht wegen einer besonders scharfen Soße. Zunächst rätselten die Experten, was schuld sein könnten oder könnte. Doch ein überraschendes Ergebnis brachte Licht ins Dunkel. Ja, also ich muss es nochmal, stellt euch mal die Szene vor. Eine Familie inklusive Großeltern und einem kleinen Kind klagt nach dem Essen plötzlich über Schwindel, Übelkeit. Der Mann ruft sofort einen Bekannten an, der den Nachbarn schickt und dann geht die Rettungskette los. Ja, also während so Ermittler erst auf Gas- und Kohlenmonoxidvergiftung getippt haben und das Haus gründlich durchsuchten, wurden dann auch die Speisereste untersucht. Es ging dann um Maiglöppchen. Das ist auch so ein gemeiner Trick, den uns die Natur manchmal spielt, wenn man Bärlauch mit Maiglöppchen verwechselt. Ja, und nach weiterem Bluttest war dann klar, dass das Problem lag wohl eher bei so einer grünen Füllung in den Knödeln. Ja, die Polizei ist noch auf der Spurensuche und will herausfinden, wie das Cannabis in die Knödel gelangt ist. Auch die Frage, ob die Familie versehentlich einen Trend entdeckt hat, bleibt offen. Immerhin ging es Familie-Mitgliedern schnell besser und sie konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Und noch eine Meldung aus Frankreich. In Frankreich hat die Polizei eine groß angelegte Drogenratze durchgeführt, bei dem 70 Kilogramm Cannabis im Haus einer Bürgermeisterin gefunden wurden. Er hat insgesamt bei 482 Razzien über ein halbes Jahr 7.177 mutmaßliche Dealer festgenommen. Dabei beschlagnahmte die Polizei 3,6 Tonnen Drogen, Hunderte Waffen und 11,3 Millionen Euro an kriminellen Geldern. Das ist eine Stange. Die Razzien sind Teil einer Strategie zur Beseitigung von Drogenverkaufspunkten in Frankreich, besonders in Hochhaussiedlungen vieler Großstädte, wo es häufig zu gewalttätigen Bann-Auseinandersetzungen kommt. Insbesondere in der Hauptstadt Marseille ist die Situation angespannt, wo 2023 bereits 49 Menschen bei Drogengewalt ums Leben kamen. Eine aktuelle Studie aus Großbritannien warnt vor dem gefährlichen Tierberuhigungsmittel Xylacine. Schwieriges Wort, das in Cannabis-Vapes und illegalen Beruhigungsmitteln gefunden wurde. Skylacine kann Hautgeschwüre und Überdosierung verursachen und hat seit 2022 zu mehreren Todesfällen geführt. Es ist sehr beunruhigend, da ein breites Publikum von Drogenkonsumenten diesem Risiko ausgesetzt ist. Es wurde bereits bei über 16 Personen gefunden, von denen 11 Personen starben. Also in neun dieser Fälle waren mit starken Opioiden kombiniert. Bei anderen Fällen konnte es in illegalen Beruhigungsmitteln oder in Vapes konsumiert worden sein. Experten warnen davor, dass das Tierberuhigungsmittel schwere Gesundheitsrisiken birgt, einschließlich eines hohen Risikos für Überdosierung. In diesem Sinne, Leute, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit in dieser etwas längeren Sendung. Bleibt gesund und legal und bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf eure Kommentare wie immer unter diesem Video. Bis dann.